Können wir eigentlich mal den Ball spielen hier? Oh ja, tatsächlich. Drücke und halte Umschalt, um den Ball zu werfen. Lasse Umschalt. Am höchsten Punkt des Sprung ist los. Hops. Yeah! Ein Punktwurf. Was geht? Carl, es ist Officer Hernandez. Wer? Officer Hernandez. Ich arbeite mit Tenpenny und Pulaski. Oh, die B****. Was in die Hölle willst du? Hey, zeig mir etwas Respekt, Junge. Geh dich selbst, du bist nur eine B****. Du guckst deinen Ton, Junge. Jetzt hörst du, ich habe eine Message von Officer Tenpenny. Nicht versuchen, die Stadt zu verlassen. Das wäre ein großer Fehler. Hörst du mich? Wir sehen dich. Alles klar, Junge. Oh, die Übersetzung war so scheiße gerade. Die Dreckssäcke? Er hat gesagt, ah, die B****, because... äh, because, sag ich schon. Oh Gott, sorry. Weil er ist einfach die B**** von Pulaski und Tenpenny. Und darum geht's dabei. Nicht, dass er irgendwie ein Dreckssack wäre. Oder einer von den anderen. Das sind sie sowieso. Naja, was soll's. After Sweet. Genug Basketball gespielt. Cleaning the Hood. Hey, you gotta keep it real, man. Man, nobody give a shit about the Hood. I do. All they do is sell Ye and ruin the place. No Crack ever made a gang type. I don't know, man. What's up, y'all? What's up, CJ? What's Crack? Man, all they care about is smoking and money. You can't knock the homies' hustles, sweet. They Marks ain't soldiers. They idiots trying to beat businessmen. Yeah, but they down with us, man. All they down with is money. CJ, go down there and show these fools you mean business. He's chunked from the bottles of sweat in the homies. Go put pressure on them. Let's do it. We've been putting time in the hood, but we gotta get the homies back together. Like the old days. Mm-hmm. Yeah. Yeah, you right. You and Ryder gon' handle your business. Man, they're slang to they own mama. They don't care about nothing. You're naive, my friend. We gotta keep our focus. We need some backup. You seem beat up. Nah. But him and the homeboy Bear, they good to have on our side. Oh. Big Bear? Yeah. Them bass-slangers gonna be sorry now. Hey, Beat up is only a couple of blocks away. The hood is all messed up, huh? Yeah. You try to get any of these crackheads that help you out. No wonder the families ain't up on it. Find ich auch toll. Wir müssen wieder zusammenarbeiten und die Gang zusammen kriegen. Ja, dann mach das mal mit Ryder. Yeah, you know yours truth. Road Street don't bang no more. Yeah, just get blown. For sure. Aber naja, der Zusammenhalt wird hoffentlich noch ein bisschen wachsen. Wir kennen das ja aber aus allen möglichen Spielen und GTA ist da keine Ausnahme. Geh und mach mal. Und am Ende heißt es, wir haben was gemacht. Geh und mach mal. Hey, slow down, fool. You don't even know what store it is. Whatever, man. This it? Yeah, this it right here. Open up! You sure you still live here? Fool, I told you this it. Open up! Who the fuck is it? CJ, what the fuck you want? And get the fuck out of here. Wait, hold up, man. What happened to for life, nigga? The only thing that matters is the hood, homie. But you'll never understand what getting this money is like. You know what, man? Get the fuck out of here before you be laying on your back. Big Bear, come check this fool. Hey, Bear? Big Bear, that's you? Hey, you still from the hood, homie, or what? Nah, the only thing Bear give a fuck about it smoking and keeping my house clean. Ain't that right, Big Bear? Hell yeah. Hell yeah what? Hell yeah, sir. Now go make that motherfucking toilet spark. Nah, nah, man. Nah, man. Bear, come on! Everyone likes to party sometimes, CJ. I'll see you around. Stay the fuck from around here, punk. Hey, nigga, fuck you. This shit fucked up. I see what you mean now, man. If crack can do that to Big Bear, turn him into a base slave, the average motherfucker ain't got a chance. Damn dope things and drug addicts everywhere in this city. Piss me off. Looks like it's up to us, man. Let's just cruise through the hood and find us somebody selling. Ja, hier ist vieles im Arsch. Und ich würde sagen, wir schnappen uns mal den Baseball... Hatten wir nicht gerade einen Baseballschläger? Mir war so. Na gut, wir können das auch ohne Baseballschläger. Wir gehen einfach mal jemanden prügeln. Und da vorne ist auch schon der erste Kandidat. Du kleine Bitch. Hier, Quality Shit hier. Schmeck mal mein Quality Shit. Du kleiner Ficker. Ja. Könnte ihm wehgetan haben. So. Einschläger für uns. Ich will noch mal ganz kurz was ausprobieren. Dann stand er gerade... Man, don't sweat it, Homie. Everybody in the hood, no Ballers or Pussies. Na gut, ich versuche es später mal, wenn wir nicht Ryder direkt am Arsch kleben haben. Hey, come on, man. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Und zwar geht es mir um die Spezialattacken, was gerade da stand. Alter, könntest du vielleicht einfach mal laufen? Kriegst du das hin? Boah, dann klauen wir uns halt ein Auto. Also, meine Güte, wie ich Ryder hasse. So, rein mit dir, du Arschgesicht. Für zwei Meter muss ich extra ein Auto klauen wegen dir. So, zufrieden, Arschloch, ja? Rein da. Crackhürde. Die OGs kommen, die Schmerzen zu tun. F*** sie, Große Straße-Fülle. Große Straße geht runter. Geh'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'. Oh, da lebt er noch, der Crack-Dealer. Hey, don't make my statue fool you, man. Kann man eigentlich irgendwie hier anvisieren? Na komm, ich weiß es gar nicht. Naja, ist auch egal. Wobei, wir können das ja nochmal kurz probieren. Komm in, homeboy, hit'n'n'n'. Irgendeine Taste muss es ja geben, mit der es funktioniert, oder? Ich weiß es gar nicht. Habt ihr gesehen, was sie getrieben hat? Sauerei, oder? Boah, dieser... Ist das ein Fleck? Naja, ich weiß... Ich will es gar nicht wissen. Ich lass' sie aber mal in Ruhe. Der hat's schon hinter sich. Aber du hier! Wenn er wieder aufwacht, ist er genau so ein Arschloch wie die anderen. Wie gesagt, in diesem Spiel muss man so handeln. So, ich glaub' damit ist unser Job hier getan. Was geht denn mit ihr ab? Oh, sie ist noch voll auf dem Trip. Na gut, dann wollen wir sie mal austrippen lassen. Wir gehen dann mal. So, wir haben unser Werk getan. Sooo, 1a... Geschafft! Na ja, schauen wir mal, ob das tatsächlich so läuft. Auf jeden Fall gibt's Respekt für uns. Ich will mal ganz kurz probieren, was wir hier... Nein, das will ich nicht probieren. Und zwar hatten die ja von Spezialattacken geredet, aber ich glaub' wir haben einfach noch keine momentan, oder? Mit Enter? Ich weiß es nicht. Können wir das später mal probieren. Auf jeden Fall würde ich gerne mal wissen, ob wir die irgendwie anvisieren können. So nicht. Ähm, okay. So auch nicht. Wer weiß. Wir können das ja später nochmal probieren. Beziehungsweise ich probier's mal abseits der Aufnahme. Ich würd' sagen, eine Mission machen wir noch, und dann mach' ich mal ne Pause. Schauen wir mal, was Sweet jetzt noch für uns hat. Drive Thru. Was sag' ich, was du raufst? Respekt muss, dass wir uns verdient, Sweet. Just like money. So, was du sag'n? Du hast mich nicht respektiert? Was ich sag'n, ist... Sprich' auf, Megan. Ich bin hungry! Ah, Mensch! Ey, was geht's? Man, kann ich nicht alleine leben leben? Ich weiß, ich hab' diese Scheiße probiert. Carl, du lachst ein bisschen dünn, man. Du musst dich hungry, man. Ja, ich kann's essen. Was ist, was ich versuchen, zu essen? Was ist, was über Tacos? Tacos? Ja, gleich? Hell nah! Chicken, Mann. Kein Diskussion. Man, ich brauch' keinen Chicken! Carl, du rauh! Und er sieht, wie er läß' er auszulassen. Okay, fahr' zum Drive Thru-Schalter. Komm' mal, wir müssen über's sprechen. Wir müssen über's sprechen. Wir müssen über's sprechen. Sie waren für Sweet. Wie glaub' ihr das, was das tun? Du wirst wissen, was die Leute sind. Sie sagen, sie haben Liebe für dich, Aber ich will nicht sagen, ich bin zu verdammt schade. Einige Leute sagen, dass sie ein Green Saber sahen, dann schlafen sie weg. Ja, aber die Leute lieben zu sprechen, nicht sie? Anyway, das ist die Hälfte von Santos, was du zu sagen? Ja, du recht, mein bad. Ey, bruh. Sie haben die Haus gebrannt. Ich habe nichts gesehen. Karl, was du willst? Du musst essen, um zu halten. Ey, ich nehme die Nummer 9. Fat boy. Gib mir die Nummer 9, wie er ist. Ich nehme die Nummer 6 mit extra dip. Ich habe zwei Nummer 9s. A Nummer 9 large. A Nummer 6 mit extra dip. A Nummer 7. Two Nummer 45s. One mit cheese. Und ein large Soto. Ich bin ein bisschen zufrieden. Ey, ich bin sorry, bruh. You know I gotta know about Mom. I know, CJ, I know. I'm just trying not to think about it, so. I mean, I didn't even know she was hit until it was all over. Yeah, right, 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 right. Let's eat. Ey, don't we got beef around here? We been getting into it with these fools. I can't stand cold food. Unlike you. I ain't never ate from a trash can. Oh shit. Trash can bitch. Pass me my food. Ey, ey, look. Kilo Trace scoping us out. Damn, riding you or drinks. Shit, them motherfuckers headed to the hood. Ab geht's. Nimm dir das Gang-Auto vor. Dann schießt mal, Freunde. Kriegt ihr's hin. So, ich versuch die Karte ruhig zu halten und ihr schießt, ja? Na los! Feuer! Oder soll ich erst mitmachen? Schön, dass sich die Bullen überhaupt nicht interessiert hier. Ich versuch's. Jawoll! Bitches! Das war Nummer eins. Und das Nummer zwei. So, könntest du vielleicht mal von meinem Auto runter? Ich versuch's. Ich versuch's. Ja, Mann. Ich versuch's. Komm, CJ. Ich versuch's. Natürlich. Ich will bloß mal kurz die Waffe mitnehmen hier. Weiter geht's. Oh, da müssen wir lang. Oh, Mann. Das Fuhl füllt ein Hohle. Du schubber, motherfucker. Nächste Zeit, du besser einen Blaster oder ich werde dich selbst blasteren. Schmuck dich weit, Mann. Ich meine, Wein. Und deswegen liebst du mich, Baby. Ja, Smoke hat alles verdrückt. Gut, haben wir noch mal ein paar Ballers in den Arsch getreten. Und gleich noch ein bisschen Munition mit dazu kassiert. Ist das nicht schön? Das ist doch ein gelungener Abend. Das ist doch ein gelungener Abend. Sag was, Smoke? All you managed to do was eat my damn food up. Yeah, it was getting cold. Y'all coming in for a beer? Nah, Baby. I need to get back to the crib. CJ, give me a ride. Alright, Smoke, let's go. See y'all later. Sure, sure. Bringen wir ihn mal weg, den Dickmann. Die Karre wird ja nur unwesentlich leichter jetzt. Fahr Smoke zu seiner Bude. What was with you back there, Smoke? Man, if you can eat your food while everybody else is losing theirs and blaming you, you straight home. What? Nothing, nothing. Just some poetry I read. Hey, Smoke, tell me why you moved out the Grove. Man, got some money for my aunt. I mean, it's a nice place and all, but the Grove is in my heart, Baby. It's where my dogs is at. Yeah, okay, Homie. Hey, thanks, Carl. Hey, I miss having you around, Baby. Thanks, man. I wish sweet thought like that. He don't mean it, CJ. He's still real tall about your mom's, man. Here, get yourself a little smokey smoke on smoke and relax, Homie. See you, Smoke. Respekt und weitere 200 Dollar für uns. So, jetzt müssen wir bloß mal kurz schauen, dass wir hier uns orientieren. Genau, hier ist die Hütte. So, ich geh mal gleich hier hin, denn ich glaube, wir müssten, wenn ich das noch recht in Erinnerung habe, gleich einen Anruf kriegen. Genau, ich hab's so drauf. Ich hab so ein gutes Erinnerungsvermögen. Hey, CJ, it's sweet. Hey, what's up? If you don't respect your body, ain't nobody gonna respect you. You're too skinny, CJ. You need to pack on some muscle. If I want it nagging, I buy a clockwork wife. Just look it out for you, Homie. It's all show and respect, you know. Yeah, I guess. This is Jim, I go to a couple blocks out from the Grove. Go check it out and get yourself a gangster physique. Ich werde es ausprobieren, später, Mann. Wenn du deine Kondition verbessern oder dir mehr Muskeln zulegen willst, oder wenn du neue Tricks lernen willst, geh in eins der, ja, begib dich zu dem Handlersymbol und sieh dir das Fitnesscenter an. Glücklicherweise stehen wir ja schon direkt davor. Wie kommt das nur? Das Ganton Fitnesscenter. Und hier hinten können wir auch neue Tricks lernen, das können wir uns kurz anschauen. Yo, you want to learn some new moves? Na klar doch. That's it, keep breathing. Man, you're an embarrassment. Get yourself some muscles first. Du Ficker, ich könnte dir so die Fresse pullieren. Na gut. Ich würde sagen, damit der Kerl uns nicht mehr für lächerlich hält und auch gegen uns antritt, damit wir Moves von ihm lernen können, werde ich mal ein bisschen trainieren. Und, äh, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, würde ich sagen. Ich werde dabei mal hier, ja sagen wir mal 50 Kilo draufpacken. Und wir schauen dann beim nächsten Mal, wie es TJ dann aussieht. Ähm, ja, bis dahin macht's gut. Und, und. Oh Gott, komm schon, komm schon, komm schon. Das ist ne komische Kombination, linke Maustaste und Umschalt. Ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut und haut rein! Raaaaaahhhhhh!